Herzlich Willkommen in meiner Survival Welt Heute kommt die letzte Folge und es wird eine kürzere Folge. Ich habe heute das Ende betreten und wollte es auch als letzte Folge hochladen, weil leider ist mir da ein Fehler passiert und es wurde der Ingame Sound nicht aufgenommen und ja, weiß ich nicht, ob ich die Folge jetzt noch hochladen soll. Auf jeden Fall gibt es jetzt die Map zum Download. Du kannst dir die Map jetzt runterladen und selber erkunden. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und ja, den Endertrachenkampf, den kannst du ja vorstellen, wie der aussieht. Aber jetzt musst du die Tür mit zerschließen dann und dann musst du den Drachen so oft wie möglich treffen. Ist ja nichts, was man noch nie gesehen hat. Aber ich habe das Ende jetzt erledigt, aber die Version von der Map, die ich hochgeladen habe, da ist das Ende noch nicht betreten. Das heißt, das habe ich davor noch abgespeichert. Das heißt, du kannst jetzt noch überlegen, in welcher Version du dann das Ende betrittst. Allerdings ist es so, ich spiele die Map immer nur ins Acht. Und wenn du jetzt eine andere, eine höhere Version nimmst, dann würden vermutlich die Farmen nicht mehr funktionieren. Weil spätestens nach dem Wasser-Update, nach dem Ozean-Update, würden vermutlich sämtliche Farmen nicht mehr gehen. In 1.8 funktioniert halt die Welt am besten, weil ich habe sie immer in 1.8 gespielt. Ja, ich bin halt in letzter Zeit nicht mehr so oft zum Spielen gekommen, weil zu viel anderes Zeug momentan. Und hätte ich jetzt in absehbarer Zeit nichts mehr liefern können für ein Let's Show. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt mal das Ende und beende das offiziell mal, das Let's Show. Aber wie gesagt, du kannst die Map jetzt selber runterladen und kannst die Map selber erkunden. Und da wünsche ich dir viel Spaß und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die mein Let's Show bis zum Schluss verfolgt haben. Und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich mal wieder in einem anderen Projekt. Dann macht's gut und bis irgendwann mal. Ciao.